moin leute willkommen zu einer neuen folge fortnite ja live event konnte ich leider keine wiederholung bringen weil es dann nichts gab wenn es leider keine wiederholung gesehen gab ich könnte auch einfach eine match nach kommentieren quasi aber ich bringe jetzt frische neue runde quasi hatte gerade schon am aufzunehmen aber da gab es ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020